415, scheiß drauf, in den Warenkorb, brauche ich gar nicht länger nachschauen. No. Tere Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe ja auch einen Twitch-Kanal, das streame ich täglich, Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 20 Uhr. Wir hatten gestern einen Louis Vuitton Shopping-Stream, haben uns da durchgeforstet durch die einzelnen Angebote und die Highlights aus diesem Stream habe ich euch jetzt hier zusammengefasst. Also ganz viel Spaß mit dem Stream. Übrigens, nicht vergessen, Freunde, schaut auf Instagram vorbei, da seht ihr jetzt dann nämlich zukünftig auch immer wieder Bilder mit den Dingen, die wir gekauft haben. Was wir gekauft haben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Wir gehen jetzt, Freunde, direkt zu Louis Vuitton. Also, ich habe ja prinzipiell im Kopf, was ich mir heute holen möchte. Ich habe auch schon mal angesprochen, dass ich wie, ja, weiß ich nicht, gerade nicht, dass ich mit einem Turnsack in Urlaub fahre. Also ich habe dann immer, muss ich entweder meinen fetten Remover-Koffer nehmen für zwei Tage oder ich nehme halt irgendeinen alten Hörschel-Rucksack, den ich gefüllt vor, was heißt gefüllt, den habe ich safe vor acht Jahren oder so gekauft. Gut gemacht. I don't know, mit dem renne ich dann herum. Ach, so eine ordentliche Tasche müsste mal her. Keine Handtasche. Ich werde jetzt nichts kaufen, wo ich mir denke, ja. Das erinnert so an eine Frauenhandtasche. Sondern wirklich was, was zu mir auch passt. Die erste Tasche, die ich mir gönne und meinen teuren Preis. Aber ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern. Wir werden zuerst mal auf Louis Vuitton nachsehen, was es da alles so gibt. Also, keine Ahnung. Ich habe mir schon ein Limit gesetzt von 2.000 Euro. Mehr möchte ich nicht ausgeben. Aber we'll see, Freunde. Ich würde aber gerne bei Neuzugänge schauen von Mann. Gut, da sind auch schon Taschen am Start, aber das gefällt mir persönlich nicht. Also dieses Karo-Muster, nicht wirklich mein Fall. So eine Tasche soll es auch nicht werden. Gürtel brauchen wir auch nicht. Wir haben auf Leon-Air-Basis den Gucci-Gürtel, passend zum Gucci-Sexiness-Team natürlich am Start. Ja, ich wüsste jetzt nicht, dass ich Ohrringe hätte. Könnten wir uns noch machen lassen. Perfekt für meine Fliegerrohren. Damit die noch mehr zur Geltung kommen. Why not? Man muss ja zeigen, was man hat. Da wäre schon so eine Keep All Back. Die würde mich dann schon sehr interessieren. Sowas in die Richtung. Aber da ist mir zu langweilig noch. Das dürfte jetzt, glaube ich, die neue Kollektion sein. Oha. Dieser Schuh erinnert mich extrem an diesen Adidas, den es früher gab. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses Modell hieß, aber so in die Richtung war die Form und auch sehr, sehr bumm. Den hatte ich nämlich mal. Das wäre, glaube ich, das Richtige zum Laufen gehen, oder? Perfekt für so, ist ja wurscht, geht ja um nichts. Mit 890 Euro Shirt auf Skinfit angelehnt. Da hätten wir auch noch die passende Leggin und die passende Sporthose dazu. Tausche ich einfach mein ranziges Sportoutfit, mit dem ich jedes Mal laufe, aus gegen 930 Euro Schuhe, die safe, perfekt sind zum Laufen nicht. Und dann einfach noch so, da, diese Leggin mit diesem Longsleeve dazu und diese Laufhose mit 890 Euro. Einfach mit 3000 Euro herumlaufen. Oh, Freunde, die wäre schon mal krass. Das ist schon mal die erste. Kostet aber 2700. Ja, 2700 ist schon viel. Kann man die Tasche kaufen und das war es dann schon wieder. Oha, Freunde, auf Skihose. Nein, das sind sogar, das ist, das ist sogar eine Skihose. Gleich mal die Skidresse und alles kaufen für den nächsten Skiausflügel. So in der Kombi Skihose mit der, mit dem Keepall dazu. Kann ich mir gut vorstellen. Aber die machen jetzt wirklich so voll auf Skiausrüstung und so weiter, Freunde. Ganz wild. Was, eine Uhr? Jetzt kommen die Schuhe da. Das ist komplett Skiunterwäsche für mich. Patchwork Mockneck. 20,54, das soll wahrscheinlich so ein bisschen die Zukunft anzeigen. Sie haben ja auch erst im letzten Jahr gezeigt, dass sie sehr gerne in dieses Funktionale reingehen. Und das ist eben die Collection. Das auch ein ganz wildes Ding, Freunde. Eine wilde Jacke meiner Meinung nach. Aber 3900 Euro. Das ist es mir nicht wert. Aber die schaut schon nice aus. Uff, das wäre mal ein Flex mit der Down-in-Jacke. Aktuell alle unterwegs in der Prada-Jacke. Aber mit so einem Ding habe ich noch keinen gesehen. Na, das ist eine Wendejacke. Zwei in eins. Das heißt, günstig. Du musst denken, für 3900 Euro hast du zwei Jacken. Wild, Freunde. Das ist mal ein Love-Outfit. Also solltest du mich jemals am Schwedenplatz mit diesem Outfit sehen, dann wisst's. Ich habe es geschafft. Krass. Die schaut auch wild aus. Was geht da ab? Einfach in rosa. Ganz neu. Krass. Okay. Wilde Kollektion auf jeden Fall. So ein Schal. Ja, brauche ich nicht. Ich glaube, man hat mich noch nie mit Schal gesehen. Außer vielleicht vor drei Jahren oder so. Aber ganz nice, was da aktuell so am Start ist. Die Tasche finde ich cool. Aber ich habe da eine gesehen, Freunde. Die finde ich noch nicer. Das würde mich interessieren, ob das reflektierend ist. Frage ist nur, wie geht das auf? Da ist schon integrierter Mundschutz. 20,54 haben wir scheinbar auch noch Corona, Freunde. Also das ist eine Investition in die Zukunft für 3900 Euro. Da, Louis Vuitton Uhr. Why not? Jetzt kaufen sich eh alle Cartier-Uhren. Kann ich ja einfach auf Louis Vuitt zurückgreifen. Was haben wir noch? Alles Neues bei Louis Vuitton. Pre-Collection für Spring, Summer. Okay. Wow. Das Hemd ist ja mal krank. Das ist ja mal wirklich nice. Ist das so ein Stick? Ah, der trägt es da jetzt. Das ist Next Level. Allein das Produkt herzustellen, stelle ich mir schon mal extrem aufwendig vor. Schaut aber nice aus. Das ist auf jeden Fall ein Eyecatcher, finde ich. Tapestry. Für 890 Euro. Tapestry-Shirt. Rucksack Discovery P.E.M. Backpack. Finde ich schon mal nicer, so dieses Logo. Leicht verwaschen und verschwommen. Oha, Freunde. Aber in Braun ist es nochmal nicer. Auch teurer. Hat ja auch lange Ärmel. Das kostet 200 Euro. 100 Euro pro Ärmel. Kann man schon verstehen. Aber das ist auch mal... Okay, jetzt habe ich die Jacke angeklickt. Die kostet nochmal mehr. Aber dieses Hemd. Uff. Also Louis Vuitton geht schon langsam echt in eine Richtung, wo ich sage... Da müssen die anderen mal mithalten. Dior lässt schon sichtbar nach, meiner Meinung nach. Das ist wirklich gestört. Könnte auch locker so eine Couch sein. Oder so ein Kunstwerk einfach. Einfach so ein Wandbild von irgendeinem Maler. Hose gibt es auch davon, sehe ich gerade. Keine Ahnung, wer das anzieht. Gar nicht mein Fall, Freunde. Den hat ein Freund von mir. Aber dieses dunkle Blau gefällt mir nicht. In Schwarz würde ich es mir vielleicht noch einreden lassen. Da haben wir jetzt eine Keyball. In diesem Muster, was ich vorhin gemeint habe, das nice aussieht. 2020 Euro. I don't know. I don't know. Mit diesem schwarzen Leder. Eigentlich ganz nice. Wie ist das eigentlich, wenn ich da jetzt bei Louis Vuitton seine Tasche bestelle, kann ich gleich meine Initialien auch mitschicken, oder? Oder geht das nur in Store? Nein, das müsste auch so gehen. Gibt es nicere, sagt der Chat. Okay. Schuhe nicht mein Fall. Muster ganz nice. Auch diese Tasche. Outdoor Bum Bag finde ich ganz nice, aber nicht mein Fall. Auch das. Trunk Messenger Bag. Einfach 2000 Euro. Aber ich will keine kleine Tasche. Ich will wirklich eine große Tasche, wo viel reingeht. So einfach Weekender. Pullover. So ein bisschen in diesem Distressed Monogramm Crew Neck. So ein bisschen in diesem Carmo Look fast schon. Nur in schwarz. Was? Ist das? Ist das gesteppt oder ist das Flower-Gilet? Okay, okay. Aber ein sehr dünnes Gelee. Aber vor allem, ich bin kein Gelee-Träger. Geht nur in Store, glaubst du? Nein. Das muss auch so gehen. Das In Store ist zu. Corona ist. Lockdown ist. Nix mit In Store. Das erinnert mich extrem an MCM. So diese Ledercaps. Gar nicht mein Ding. Okay, da haben wir jetzt diesen Christopher Backpack. Rucksack könnte man auch mal machen. Aber dann nehme ich wirklich lieber so eine Duffel-Bag. So, Brillen auch nicht mal. Die Tasche ist wild. Ich meine, ich muss ehrlich auch an dieser Stelle wieder sagen. Das erinnert so an eine Frauenhandtasche. Wenn die Mama so am See geht, packt sie sich die Jause und ihre Zeitung ein, stellt sich das neben die Liege und liest ihr Buch. Also so in die Richtung kann ich mir diese Tasche vorstellen. Freunde, da sind wir schon. Da gehen wir schon in eine Richtung, die ich nahe finde. Die ist ja mal gestört. Ist das so ein Blauton? Oder ist das schwarz? Das ist so ein Blauton, oder? Die ist ja mal geisteskrank. Chat eskaliert auch. Wild, wild, wild. Passt auch einiges rein. Perfekt für so ein Wochenende. Complete Look. Ja, vielleicht ein anderes Mal, wenn ein bisschen mehr Geld auf Paypal ist. Ich habe heute einiges an Paypal auf meinen Firmenkonto übertragen müssen, weil die nehmen einfach mein Geld nicht von meinem Bankkonto. Die schicken das immer. Gestern 2.000 Euro überwiesen an Paypal. Schicken wir 3.000 Euro zurück. Okay, danke. Keine Ahnung, was abgeht. Jetzt muss ich das privat zahlen. Also da werden wir heute nicht den Look completen, sondern maximal die Tasche. 11 von 10, 10 von 10. Ist blau, gell? Ist so ein bisschen blau. Ist auch noch available. Ja, die ist schon mal nice, Chat. Die Geldbörse auch ganz okay. Das wäre gar nicht mein Fall. Ah, die haben ja normalerweise dieses Leder, diesen Lederpatch hinten und jetzt einfach mal vorne nur spiegelverkehrt. Interessant. Ja, wilder Shirt, aber der Kragen gefällt mir nicht. Hose finde ich ganz nice. Monogam Flock Seasonal Slim Denim Jeans. Okay, Slim nix für mich. Nein, Louis Vuitton kommt jetzt auch schon mit Schutzmasken. Einfach 380 Euro für eine Schutzmaske. Scheiß drauf. Geht eh um nix. Corona lass ich mir das. Gönne ich mir sowas schon. Hab die eh so oft auf. Wenn alle geimpft sind, brauchst du die nie wieder. Einfach Espan Drillos von Louis Vuitton. Die kannst du dreimal anziehen im Sommer. Dann stinken die, musst du es weghauen. Weil waschen kann man ja die nicht ordentlich. Okay, sonst nix mehr am Start so richtig. Oh, Pelz. Ist das echt Pelz schon wahrscheinlich, oder? Das schaut ja mal geisteskrank aus. Also 20.000 Euro, Leute. 20.000 Euro. Das ist sowas von hundertprozentig echt Pelz. Bin ich raus. Das ist jetzt Pre-Collection Spring Summer 2021. Tasche wird mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ich hätte lieber in schwarz. In schwarz würde mir persönlich mehr zusagen. So auf ganz schlicht, wo es überall dazu passt, die ich echt jahrelang hab. Weil das ist eher so ein Ding, das verliert an Wert, glaube ich. Ich glaub nicht, dass das, wenn du es verkaufen möchtest, wieder genauso teuer, beziehungsweise etwas günstiger verkaufen kannst. Denk ich nicht. Wir schauen jetzt mal bei Man rein. Allgemein. Okay, wilde Camo-Jacke. Gerade für den Winter kann ich mir ein Eis vorstellen. Normale, stinknormale Jeans. 590 Euro bei Louis Vuitton. Why not? Das ist auch eine gestörte College-Jacke. Ich weiß nicht, ob ich so überzeugt bin von den Ärmeln. Aber Rest ist Bombe. Auch so erinnert leicht so an so einen Ghost-Look, finde ich. Schau, Uhr, die Uhr wieder. Schuhe, Shirt, nein. Ready to wear. Schauen wir mal bei Ready to Wear. Einfach mal so schauen. Das sind dann die alten Geschichten. Das haben wir alle schon gesehen. Gut, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt direkt zu Meinen, zu den Taschen. Leather Collection. Nein. Travel. Gehen wir mal auf Travel. All luggage and Accessoires. Here we go. So, jetzt bin ich gespannt. Oha. Kooperation mit United Colors of Benetton. Was kostet die? 2020, ja. Also das wäre mir way too much. Da bin ich eher der schlichtere Typ. Das würde ich mir vielleicht einreden lassen, aber na. Also ganz ehrlich, da kriege ich für 1500 eine Gebrauchte. Die schaut ganz genau so aus. Also da muss schon etwas Besonderes her. Koffer brauen ist. Da habe ich Remover-Koffer. Bin ich mega zufrieden damit. Was ist das? Wasch-Pouch. Da ist nochmal die. Die haben wir schon gesehen, Freunde. Jetzt nochmal auf den zweiten Blick. Schon ganz nice. Oha. Innen Nachtgrün. Wild. Okay, okay. Die gibt es jetzt nochmal so. Ah, das haben wir schon gesehen. Das finde ich auch ganz nice. Und da haben wir nochmal die da. Die ist schon gestört, Freunde. Das ist die aus der neuesten Kollektion. Die ist schon sehr, sehr nice. Ja, die gibt es auch noch. Die würde nur 1500 kosten, aber die ist zu langweilig. Die ist reversibel. Die schwarz-grüne. Fix nicht. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Warum gibt es dann kein Foto davon? Die hat innen wirklich Henkel drauf. Scheiße, nein. Na, das können die jetzt nicht machen. Ja, okay, aber gefällt mir nicht. Chat, ja, ihr habt es vollkommen recht. Die ist reversibel, aber außen schaut nicht so nice aus. Wenn wir uns ehrlich sind. Cool, dass sie reversibel ist, aber als ich das nur innen gesehen habe, habe ich mir gedacht, krass, da werde ich jetzt safe ja sagen und das einpacken. Aber jetzt so, ich werde die nie umdrehen. Ich werde die safe immer nur schwarz tragen, weil ich es einfach nicht so cool finde. Finde ich nicht so nice. Klar, cool, du hast quasi zwei Taschen in einer, aber wenn eine kacke ist, trägst du die so nicht. Und dann hat das auch gar keinen Sinn. Dann brauche ich keine 2700 Euro ausgeben. Dann nehme ich mal eine, die ich wirklich, wirklich bombe finde und trage die die ganze Zeit so. Und das ist zum einen die da, die da. Das sind die zwei Taschen, die ich richtig, richtig nice finde. Und Chad, ich sage es euch, wie es ist. Ich frage euch jetzt, welche sollen wir nehmen? Ich nehme eine davon. Ich brauche eine Tasche, ich will eine Tasche. Ich finde die richtig krass. Ich finde die aber auch recht krass. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich tendiere zu der. Chad sagt links. Okay, wir machen jetzt kurz eine Abstimmung. Schwarz passt überall dazu, aber dieses dunkelblaue, ich sage es euch, das passt auch überall dazu. Das ist, das muss ja nicht so perfekt matchy matchy mit dem Outfit sein, sondern soll auch so ein bisschen ein Eyecatcher sein. Chad hat entschieden. Wir nehmen also die blaue Tasche, Freunde. Uff, uff. Freunde, ich stelle mir schon vor, wie die bei mir zu Hause ankommt. So ein wildes Ding. Add to Shopping Bag. Was heißt Add to Shopping Bag? Das ist schon mein Shopping Bag. Continue Shopping. Schauen wir mal. Ich brauche eigentlich noch eine Geldbörse. Add das jetzt mal die Maße. 50. Ist die nur so? Ist die nur so groß? Mal 23. Die ist ja nicht wirklich groß, oder? Geht sich das aus für ein Wochenende? Ja, ja, das wird schon passen. Das wird schon passen. Ah, sie ist ja, ja, ja. Ich meine, wenn der jetzt nicht so groß ist wie Mahan, dann ist das eine normale Tasche, oder? Wird schon hinhauen. Auch innen schwarz. Das Logo schaut halt wirklich nice aus. Ich frage mich, ob das so ein Jeans-Stoff ist. Kompliete Look. Die wollen wir da die, den Pelzmantel für 20.000 anderen. Ist ja wurscht, geht ja auch nix, oder? Ja, ich schaue jetzt wegen Geldbörsen. Wallets and Leather Goods. Pocket Organizer, das ist quasi nur so Karten und so weiter. Geldbörse, sowas möchte ich haben. Sowas, wo ich wirklich Karten, Geld und Münzen habe ich meistens eh nicht, aber sowas reingeben kann. Ja, nein, gefällt mir nicht. Nein, auch nicht wirklich mein Fall. Das ist schon ganz cool, aber ich brauche eine Geldbörse zum Einstecken. Außerdem, 1100 Euro. Na, sind wir dann noch so am Start? Hol eine, die aussieht wie die Tasche. Das wäre wild. So passend dazu. Glaubst du, hier gibt es das? So die passende Geldbörse dazu? Miguel Pablo würde sagen, er hat die passende Hose dazu. Ich habe einfach die passende Geldbörse dazu. Die gibt es schon mal. Die gibt es schon mal. Also eigentlich. Freunde, 415. Scheiß drauf. Innenwagenkorb. Brauche ich gar nicht länger nachschauen. Nichts mit passende Geldbörse dazu. Not available. Okay. Ja, wäre cool gewesen, aber okay, schauen wir mal, ob wir was anderes finden. Nein, aber die finde ich nicht so cool. Was mit der Louis Vuitton Supreme Geldbörse? Ja, die Zeiten sind vorbei. Das ist ja jetzt Kacke. Ja, auf Krampf will ich jetzt aber auch keine kaufen. Ei, 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 ei. So ein Pech aber auch. So schnell wird aus dem Louis Vuitton Shopping Stream ein Dior Shopping Stream. Dieses Monogramm, dieses Dior Monogramm ist einfach mittlerweile schon so basic geworden, finde ich. Die ist aber wild. Die ist aber schlicht und wild. Hat auch dann nochmal so ein Dior als Metall drauf. Die Prada wäre auch eine gute Idee. Bestellen. Was bestellen? Kann ich die einfach bestellen? Ich schaue mal bei Prada. Ist auch eine gute Idee. Viele schreiben, warte auf die Louis Vuitton. Die von Prada ist langweilig, finde ich auch. Die würde noch gehen. Die finde ich eigentlich ganz cool. Entweder warten, Chat und die passende Geldbörse zur Tasche ist schon nice. Also da kann man sagen, was man möchte. Das hat schon Stil. Wenn du da einheitlich auftauchst, im Hotel eincheckst mit dieser Tasche und dann zum Zahlen noch die passende Geldbörse rausnimmst, schon ganz cool. Chat sagt Louis Vuitton. Krass, krass. Schau mal, Freunde, wo könntest du die noch geben? Okay, ich gebe das mal da ein. Schon teuer. Wie viel teurer? 205 Euro teurer. Ein Drittel teurer. Auf Farfetch gibt es kein Louis Vuitton, Leute. Geleck mich doch. Ich will keine 620 Euro. Da warte ich lieber noch. Thank you for your order with louisviton.com. Order Number. Sehr schön. Erledigt, Leute. Erledigt. Louis Vuitton Bag wurde gekoppt und wir sind am Ende des Louis Vuitton Shopping Streams. Allerdings sehr unzufriedenstellend, weil wir diese Geldbörse nicht bekommen haben. 620 gebe ich nicht aus. Das ist immer zu viel. Da warte ich lieber und habe dann die passende Geldbörse. Freunde, so schnell geht es. Das war es vom Louis Vuitton Shopping Stream. 2000 Euro. Über 2000 Euro wurden ausgegeben. Ich schaue jetzt noch, ob ich irgendwo diese Geldbörse bekomme. Schreibt eure Meinung dazu. Wie gefällt euch die Tasche? Findet ihr es nice, eine passende Geldbörse dazuzunehmen oder findet ihr es Miguel Pablo like? Das würde mich auch interessieren. Freunde, wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier. Ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Momentan so ein bisschen gechillter bei mir. Jetzt mit die Feiertage. Der Hack. Keiner weiß. Ich werde aber weiterhin Gas geben. Das war es von mir. Euer Maximilian. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.